...gekommen. Dann sammeln wir mal den mal ein. Isaac. Na super. Fangen wir schon mit der Bibel an. Zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty und wir zocken, ja, wie könnte es anders sein, weiter Spyro. Ja, als nächstes, beim letzten Mal haben wir den nebligen Schlumpf hier, Sumpf, den nebligen Sumpf natürlich, nicht Schlumpf, ne, haben wir natürlich gemacht. Ähm, diesmal werden wir das hinter dem Baum machen. Ich meine, das wäre nicht der Metallkopf gewesen, deswegen gehen wir einfach mal gucken, wie das Level heißt. Das war auch nicht das Fliegelevel, das war woanders. So, wir haben Baumwipfel. Hoffentlich ist das nicht das Fliegelevel. Baumwipfel steht hier nicht. Was war das? Achso, das ist die Kunstgalerie. Lol, durch die Fähigkeitspunkte. Also wir haben Teil 1 der Fähigkeitspunkte. Ja, lol, jetzt sehe ich das erst, ey. Mein Gott, guten Morgen. Also wir haben Teil 1 der Fähigkeitspunkte, oder Seite 1, eingesammelt. Wir haben bei den Artisanen die kniffligen Plattformen erreicht, bei den Steinhügeln die rosa Tulpe verbrannt. In der Eidstadt haben wir alle Bullen feststecken lassen. Bei den Friedenstiftlern haben wir hier die sechs Gnors in die Zelte gescheucht. Wir haben Dr. Champ perfekt gespielt, bei den luftigen Höhlen haben wir das versteckte Gemälde verbrannt. Und Wirbelfiel, ja, die Druidenplattform, die zehn Sekunden war auch jetzt nicht so. So, das heißt, wir haben das alles geschafft und haben dadurch Teil 1 der Kunstgalerie freigeschaltet. Und das sind die Bilder, die ich mir beim letzten Mal schon angeguckt habe. Ich wusste das gar nicht. Äh, klar, Spyro, noch mehr Spyro, Spyro und Sparks. Ja, die weiß ich immer noch nicht, wo ich die gesehen habe. Ja. Toasty, Dr. Champ und Wirbelfiel, Metallpropf, den müssen wir auch noch machen, genau. Dann haben wir Jakus und Gnesti, Gnora und das war's auch schon. Na, ich bin gespannt, was dann bei Teil 2 kommt hier. Mal gucken. Was dann da für Bilder dabei sind. Aber okay. Dann gehen wir mal in die Baumwipfel. Wir haben ja hier dann nichts, was wir machen müssen. Gehen wir mal rein. Ach ja. Das ist mir jetzt, mein Gott, peinlich. Schon krass, dass mir das vorher nicht aufgefallen ist. Aber okay. Was ist das denn für ein Level, Alter? Was sind das denn für Kreaturen hier? LOL, LOL, der wirft mit Bananen! Aber das wirst du gerne. Okay. Ich auch, kann Feuer machen. Jo, 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 jo. Wofür auch immer die Bananen gut sind, ich hab noch keine Ahnung. Okay. Was müssen wir denn hier eigentlich holen? Drei Drachen. Aber der hat doch, der hat doch was in der Hand. Ein Ei hat der doch in der Hand. Der hat doch ein Ei in der Hand, oder nicht? Hab ich mich jetzt verguckt, Leute. Ah, Schlüssel. Haben wir hier keinen, okay. Ja, ja, bleiben wir rein. So, von da sind wir gekommen. Dann sammeln wir den mal ein. Isaac. Na, super. Fangen wir schon mit der Bibel an. Byron, wenn du am Ende einer Superladungsrömpel springst, kommst du wirklich bei. Bin schon dabei. Ja, aber das wussten wir schon. Mal wieder was, was wir schon wussten. Achso, weil es hier so runter geht. Okay, gucken wir mal. Wie geht's denn? Ah. Okay. Nein, die hätte ich damit kaputt machen müssen. Na, komm ich wieder zurück. Ich hoffe doch. So, ein Leben für mich. Nochmal sowas. Fenix. Wow, wow. Ich hab mal das erste Mal, dass ich das mit sowas kaputt gemacht hab. So, du Otto, wo bist du? Ich höre dich. Der ist da oben drauf. Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn da hinkommen? No way. Bei aller Liebe. Hey, das ist ein... Das ist ein Kinderspiel, meine... Wie soll das funktionieren, Leute? Schau ich das? Hier war nämlich der Anfang. Dann kann ich mich nochmal eben zurück. Ha, ha, ha. Um die Kiste zu holen. Yay. So, mal gucken. Weil da oben muss ich ja auch noch hin, ne? Also irgendwie... Ist das nicht so ganz koscher hier, Leute, gerade? Also meiner Meinung nach. Aber ist okay. Ja, ja. Ich brauche noch einen Schlüssel. Aber darüber komme ich nicht. Ich seh nix. Ich seh nix! Wo bin ich? Ja, kann ich mich retten? Ja, kann ich. Was zur Hölle? Was war denn jetzt mit der Steuerung los hier? Echt. So. Was ist denn jetzt hier mit der Kamera, Leute? So, wo sind wir? Ich weiß gar nicht, wo wir sind! Das hat nicht wirklich was. Ich glaube, ich... Jetzt ist es vorbei. Voll wohl. Echt. Ach, Mann. Äh. Okay, wo sind wir? Ach, hier. Perfekt. Perfekt. Egal. Ja, 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 ja! Woo! Okay. Oh, Leute, Leute. Ich will nichts mehr. Danke. So. Okay. Wie soll ich denn... Bye, bye. Wie soll ich denn da hochkommen, Leute? Das ist doch vollkommen unmädlich, da so hochzukommen. Jetzt sind wir schon wieder hier. Und irgendwie muss ich ja da rüberkommen. Okay, da drauf kann ich nicht. Warum auch immer. Äh. 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 Mehr Anlauf bringt mir wahrscheinlich auch nichts, ne? Ne, ich komm nicht so hoch. Okay, aber dann muss es ja trotzdem irgendwie hier weitergehen, oder sehe ich das falsch? Ja, und jetzt komm ich da rüber, genau. Ja, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich wieder hier rüberkomme. Ich verstehe das Level gerade nicht, um ehrlich zu sein. Ich verstehe es gerade einfach nicht. Komme ich, wenn ich hier unten bin, noch irgendwo anders hin? Darüber vielleicht? Ne, so weit springt er nicht. Die Rätsel des Sprungs. Ja, ja. Oder vielleicht muss ich es ja doch schaffen, mit dem einen von hier hinten. Oh Gott, jetzt hab ich es aber, ne? Ja, noch einer. Echt. Aber darüber komme ich auch nicht mehr. Hm. Ich verstehe es nicht. Da oben ist so ein Diamant-Ding. Ich bin überfordert. Das funktioniert nicht so, wie ich das gern hätte. Warum nicht? Hm. Ein letztes Mal. Ja. Also ich will wenigstens auf der Plattform landen. Egal, auf der Itcher Ebene, ne? Oder wir gucken jetzt einfach noch. Ich probiere jetzt einfach, da rüber zu kommen, ey. Nein. Springste los und siehst direkt, dass es scheiße wird. Das wäre ich doch mal. Nee. Nee. Vielleicht. Ja. Nee, ich komme nicht um die Kurve, wenn ich... Da habe ich zu viel Schub drauf. Okay. Also starten wir ganz hinten aus der Ecke. Ich komme da nicht hoch. Das kannst du vergessen. Und da hoch komme ich dann auch nicht. Und der schickt mich nur wieder da rüber. Das bringt mir auch nichts. Okay, jetzt fliegen wir mal nach Hause. Das bringt mir ja nichts hier. Okay. Ja, ist viel zu wenig. Wir gehen ja jetzt gleich nochmal rein. Ich hasse sowas. Kommt der... Kommt der... Klugscheißer oder sowas. Weiß ich nicht. Wir haben nur 31 Prozent, Leute. Das ärgert mich gerade. Vielleicht hat das ja irgendwas mit den Bananen auf sich. Aber das kann ja nicht sein. Ich verstehe es nicht. Irgendwie muss man doch da verdammt nochmal hochkommen. Was für eine Scheiße. So, wirf mal eine Banane. Was macht das? Die fliegt und fliegt und fliegt. Okay. Nichts passiert. Was machst du? Okay. Toll. Jetzt land ich weiter. Komm ich hier irgendwie? Gehen wir doch erstmal hier lang. Ach, guck mal, ein Schlüssel. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich hier nicht hochkomme, ey. Noch einer? Nein. Aber hier ist nämlich der große Diamant. Ja. Den wir nicht kriegen. Keine Ahnung warum, aber den kriegen wir eigentlich. So. Warte, bevor ich da rübergehe. Ach, komm ich schon schnell zurück. Mein Glück. Okay, ich glaube, ich habe aber alles. Okay. Gehen wir jetzt also von der anderen Seite ran. Ja, super. So geht es doch. Wie viele Diamanten müssen wir hier eigentlich haben? 500. Ach ja, dann haben wir ja erst die Hälfte. Da ist nichts. Okay. Also das heißt im Endeffekt, im Moment, geht es da irgendwie dann weiter? Ich würde sagen, wir fliegen erstmal darüber. Oh. Der hat mich getroffen mit die Baggernetzen. Ja. Ich würde sagen, wir haben da nicht mehr. Aber da ist es kein Problem. Aber da ist es kein Problem. Das geht jetzt mal. Da ist es kein Problem. Da ist es kein Problem. Ich würde ja nichts sagen. Aber da ist es ein Problem. Also das liegt im Moment, wenn ich da oben in den Hälften mache. Wie kommt man denn da hin? Wie kann man da aus? Darüber springen müssen? Nein, oder? Das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht möglich. Lass mal gucken. Wo komm ich denn dann jetzt hier hin? Ah. Okay. Okay. Was ein Kack, ey. Ach, die hätte ich kaputt machen müssen. So komme ich jetzt nicht mehr, das ist klar. Denn dann gibt es ja nur noch einen Weg. Aber auch von hier aus komme ich nicht dahin. Wie soll das funktionieren? Soll ich von da hinten auf die Plattform, da drauf, hier rüber und dann hier schräg darüber zu springen? Was macht das für einen Sinn, Leute? Das ist ein Kinderspiel. Alter, das ist ein Kinderspiel. Ich wiederhole es. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, von welcher Seite laufen wir jetzt? Ähm... Ähm... Ja, 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 ja. Wir müssen... Die Frage ist, ob wir jetzt noch den Schlüssel haben. Wenn ja, gehen wir zu der Truhe ansonsten. Und dann sind wir die andere Truhe. Mein Ding, man hat ja dann noch... Das kann ja gar nicht... Das kann gar nicht funktionieren, Leute. Boah, das ist ein Kinderspiel. Ja, 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 bla bla bla. Ja... Den hast du auch, jetzt. Habe ich den Schlüssel denn jetzt noch? Wo sehe ich das? Nein, habe ich nicht. So... Ach, der trägt einen Diamanten. Soll. So, okay. Das heißt, ich gehe jetzt... So, okay. Das heißt, ich gehe jetzt... Jo, ist klar. Oh, krass. Ich probiere das jetzt erstmal aus. Ich will, dass jetzt etwas anders funktioniert. Das ist dich ja quasi von... Wo war das? Scheiße. Daaa... Nein. Wo war das Ding, ey? Ich bin doch hier irgendwo... War doch hier... War doch irgendwo... So im Haus. Und hier ist das. Da ist das. Dann ist das da, drüben. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier. Dieser Plattform meine ich jetzt. Wie soll das funktionieren, Leute? Ja, leck mich, Junge. Leck mich ganz. Der geht mir grad so... Das ist doch echt nicht. Das kann doch echt nicht. Ich hasse gerade dieses Spiel. Boah! Ja, und das war's auch schon. So, kacke. Siehst du, so hässliche Fratzen da drüben an der Wand, ey. Boah! Och man, Leute! Ja. Mhm. Treffen will gelernt sein, ne? Immer hier. Ja, ich muss die narie. Und unten. Ja! Das wird nichts. Ah, doch wird was. Okay. Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel. Das ist der Komische da. Ja, ja, gleich, Moment. Au! Okay, jetzt sind wir schon mal wieder, aua, blau. Ja, 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 nein, 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 okay. Ich muss mir einen Strategieplan überlegen, irgendwas, damit ich da hochkomme und den Rest einsammeln kann. Auf, auf und davon, ja, super, danke. Ja, machen wir uns auf, auf und davon. Jetzt will ich gleich erstmal nachgucken, was für eine Errungenschaft das denn sein soll. Springe 50 Mal die gleiche Strecke? Echt, das ist doch nicht mehr lustig. Ja, ich würde sagen, ja, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wenn ja, lasst es mich wissen, am besten mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar oder einem Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann natürlich bei diesem Video erst recht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Kitty.